So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Ähm, 2, 2, Half-Life 2 Oh, ne, jetzt bämt er mich auf Wiederzu Jetzt hab ich mich in Skype-Offline gestellt Jetzt bämt er mich auf Hamachi zu Das müsste ich jetzt ertragen War nur Spaß, eine Sekunde Oder hört ihr mich noch? Moment Na, und da bin ich wieder Also wenn er jetzt noch irgendein Programm finden sollte Wo er mich zu spamm Spammen kann, dann Krieg ich einen Rappel Ähm, Moment, hier war ich doch, oder? Ja, stimmt, ich muss nach da Muss ich nach da? Ja, ich muss nach da Ich den überdien Wie bitte? Ich hab die ganze Stadt Du bist ganz ruhig Moment, Moment Ich weiß, was zu tun ist Was? Die reden immer so Wirres, komisches Zeug Das versteht man gar nicht Redet einfach mal deutlicher Goal Oh, hat die deutsche Mannschaft ein Tor gemacht Oh Bist leider etwas spät dran, Kumpel So, ich hau ab Ah, das schlägt er mir auch noch ins Gesicht Erst ist das schlägt er mich Dann steckt er mich ins Gesicht Was soll denn das? Mysteriös Ist das Schattenfolie hier? Ist das Schattenfolie hier? Nö Mysteriös Eigentlich geschickt Ist da was drin? Für mich? Nein Nur LK Und ganz ehrlich Au Au Hey, cool Man kann das Gleis jetzt kaputt machen Hallo Stecker Dürfte ich Ihre Bekanntschaft machen Danke Nutze Aktenschrank mit Manag Den Witz werde ich auch noch bringen Freut euch schon mal drauf Ach, Leute Es ist Zeit für Geschichten aus der Vergangenheit Yay Ja Ich habe alles gemacht Bin dann abgelenkt worden Von Ausgerechnet den Typen Bin dahin Habe ich gekillt Und bin dann wieder zurück Habe festgestellt Ich habe den Stecker hier gar nicht gezogen Ich habe das hier gar nicht gemacht Ja Das ist jetzt ziemlich das Dämlichste Was mir in Half-Life je passiert ist Oh Ich glaube Jetzt ist es endgültig kaputt Okay Okay Oh fuck Renn 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 du Die Leute in Half-Life sind zu Ah Schk 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 In rawh In rawh Deck Ja, guck mal hier, Ammo. Oh, nice. Hier, was geht? Oh, nee. Sorry, Leute. Muss keinen Cut machen. Einen kleinen Jump Cut. Oh, so komme ich nicht wieder zurück. Toll. Ah, guck mal, Leben. Das ist nicht mal. Haha. Wiener Eis. Ha! Gotcha. Oh, nee. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Okay, hurry, hurry, hurry. Oh mein Gott. Au. Ei. Das tat mir. Weg hier. Schnell weg hier. Da, ist die Leiter. Ach, Leben. Und, oh, Raketen. Dafür sind wir nicht ganz... Oh Gott. Bam. Das passiert mit denen, normalerweise. Das andere war nur so ein Bug oder sowas. Nein, nein, nein. Dammit. Nein. Nein, ich bin wieder hier. Ey. Okay, okay. Das Ganze noch nicht. Diesmal sehe ich dich. Und dich. Und dich. Dich. Und dich. Nein, verdammt. Jetzt geht es unten drunter. Ich hoffe. Nein. Es hat mich runtergeschossen. Nein. Oh, Leute. Das darf so nicht wahr sein. Ganz ehrlich, jetzt mache ich Rampage. Jetzt wäre das völlig egal. Jetzt rush ich da durch like a bro. Komm her. Ich weiß, dass du da bist. Aber es ist, dass du da bist. Du schlägst mir nicht ins Gesicht. Jetzt bin ich langsam alles egal. Jetzt gehe ich meinen Weg. Verdammt. Hey, so gut ist wirklich schnell voran. Okay, Leute. Oberste Priorität. Durchkommen. Nicht Helikopter vernichten. Können wir nicht irgendwie so einen Quick-Safe machen oder so? Ich habe vergessen, wie es geht. F-8. F-9. Nein. Nein. F-9 war Quick-Load. Ach, verdammt. Hey, Leute. Ich habe langsam wirklich können. Bock mehr. Wo ist das Ganze jetzt nochmal durchkauen? Oh, ich hoffe nicht. Nein. Okay. 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 Cool. Hier kommt noch keine... Hm. Oh, da neben Brenz. F-5, ne? F-6? F-6 ist Quick-Safe. Okay. Speichern und weiter geht's. Speed. Ah, es geht wirklich besser. Saved. Speichern und weiter. Speichern. Speichern. Bezäck. Bam. Und schau wieder. herrscht still. Und schon wieder herrscht Stille, sagte ich. Aber nicht so eine Stille. Keine Totenstille. Gordon Freeman ist noch hier. Und der muss jetzt hier rüber. äh, F-6? Bam. Doch, paar Raketen abgestaubt. Und... Bam. An die... Au! An die Leiter, du der... alles klar. Ja, der Zone. Hallo? No, die Taschenlampe. Mom. Scheiße. Egal, egal. Mein Gehen ist das Lustigste der Welt. Alles tot. Ihr wollt Stress? Ihr wollt Stress? Ich geb euch Stress. Fettab, 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 Fettab. Wir müssen weiter. Du wirst also stre... ...die will wirklich Stress. Oh, die halten näher aus. Ha, 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 ha. Ihr kriegt mich nicht. Pfff. Oh. Hehehe. Ja. Komm nach oben. Verdammt. Oh, Moment. Voll? Okay. Oh. 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 Sollen wir hier nicht hoch? Oh. 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 Oh, oh. 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 Was soll man denn tun? Ah, ich hab ne Idee. Ja. Tja, Zug heute leider nicht. Oh Gott! Oh Gott, das ist... Na gut, kurze Framarsi. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Kurze Framarsi. Yeah. Oh, ne. Dunkle Tunnel. Und ne Ladezone.